Da oben leuchtet was, aber ich weiß nicht, was das ist. Muss ich nur wissen, wie ich da hochkomme. Ich war da schon mal, das weiß ich. Ich war schon mal oben. Deswegen weiß ich nicht, was da leuchtet. Da lang vielleicht? Ah, nee. Wie muss man da hochkommen? Sag mal, Leute, wie kommt man denn hier hoch, ey? Gibt's auch gar nicht. Guck mal, Qualentwickler. Einfach mal eine Auszeichnung gefunden. Na dann. Aber ich weiß nicht, wie komme ich denn da hoch? Süß und klebrig. Hm. Du bist da doch irgendwie rübergekommen, du. Irgendwie muss man doch da hochkommen. Aber ich weiß nicht mehr, wie. Weil ich glaube, ich war mal da oben. Aber ich glaube, das war mit einem... Dings, oder nicht? Als ich darüber geschleudert wurde, irgendwann mal. Hm. Okay. Wo schießt mich das denn hin? Ah. Ah, ja, okay. Und das Ding. Habe ich das schon mal gemacht? Das habe ich schon gemacht, oder? So. Aber wo könnte denn der letzte Dings sein? Ach, das ist doch alles nicht so wirklich das wahre hier. Also, wir hatten da drüben auf jeden Fall einen. Das weiß ich. Hier weiß ich halt gerade gar nicht, ob und wo da eins sein könnte. Da vorne war eins. Das weiß ich. Und da war auch eins. Deswegen bin ich da halt immer so ein bisschen dieses, dann wird da wohl nix sein. So. Hier bin ich mir nicht sicher, was da und ob und überhaupt da mal was gewesen sein könnte. Ich kann ja hier einfach mal lang springen und gucken. Ob ich da rüberkomme, weiß ich nicht. Ne, komme ich nicht. Ganz ehrlich, ich google jetzt. Weil das wird eh nix mehr. Also. Haftnotizen. Ich weiß nicht, wie die... Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Auf Englisch. Alle Haftnotizen von dort. So. Ähm. Qualenfelder im Wilden Westen. Rechts von der Krasenkralle ein Bodenstampfschalter. Äh. Durch den Schalter. Schlügel in der Holzbefahrung. Achso. Gut. Das haben wir ja. Karate in der Innenstadt. Incentives Bauke mit einem Karate-Trittschalter. Ja, das haben wir auch. Piraten-Gulagune. Hinter dem Haus von Tadeus findet ihr ein Blasenschalter. Ein Blasenwurf und Sprint. Ja. Okay. Das weiß ich nicht genau. Müssten wir eigentlich auch haben, ne? Geh nochmal hin. Dieser Blasendingsschalter. Ich wüsste nicht genau, wo ich dann hin muss. Aber der da war es nämlich. Achso. Achso. Alter, ich gucke mir mal kurz nach, was die da stehen. Weil ich kann mich nicht dran nennen, dass er immer so. Äh. Das haben wir nicht so was Haus. Aktiviert weiter darüber und schon in der Haftnotiz. Okay, ne. Gut. Dann könnt ihr auch Vierte-Haftnotiz. Dann nur die Schleuder gegenüber von Spongebots Ananas. Drückt hier Haken. Schwungsschalter. Meist hat hier Ausforderungen die Notiz. Ja, das haben wir auch. Rockbottom und Halloween. Hinter Spongebots Ananas werdet ihr drei große Blühbirnen. Äh. Das haben wir auch gemacht. Auf das Schiff bringt. Das haben wir gemacht. Prähistorischer Seetangwald. Rechts von der Grossengrabbe findet ihr dann am Wasser. Ne, ist Grossengrabbe. Am Bodenstamm vergeben wir schon Schalter. Die Surf-Challenge. Das haben wir auch gemacht. Mittelalterliche Spiefelfelder. Auf das See fährt rechts neben dem Haus von Mr. Krabs und reitet durch das Tor daneben. Dadurch aktiviert ihr eine Challenge bei der ihr durch Flammenringe reiten müsst. Am Ende erwartet euch die Notiz. Okay. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber ich... Der hat das auch irgendwie nicht angenommen. Die letzten... Den letzten... Das letzte Tor. Deswegen... Wir müssen nochmal gucken. Wir versuchen es nochmal. Wir können das mal umziehen kurz, glaube ich. Auch wenn das ein tolles Outfit ist. Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen aber mal hier. Komm, Taubesnüsse. Yay! So, wir sollen jetzt das Seepferd nehmen da. Das da nämlich. Ah, okay. Wir haben da oben einen... Äh... Jetzt einen Timer. Gucke mal. Ha! Wir haben alle. Ja, wirklich sehr gut. Okay, jetzt haben wir alle. Das hat mich gerade eben ein bisschen irritiert. Weil ich bin durchgeritten. Deswegen war es im Kanal. Es war einfach buggy gerade. Deswegen... Ähm... Hätte ich es nicht gefunden. Also war gut. War Google gut. Dankeschön. Ja. So. Sidequest haben wir. Wir geben sie ab. Sehr schön. Wo ist mein riesiger Kugelschreiber? Gute Frage. I did the balloon. Nice. So. Okay. Ähm... Soviel erstmal dazu. Wir haben das Spiel soweit erstmal storytechnisch abgeschlossen. Es fehlen uns immer noch Kostüme. Haupt-Story-Kostüme. Warum auch... Welche auch immer das sind. Äh... Wie auch immer mal die Ranten da rankommen. Ähm... Ich werde mich vielleicht mal ein bisschen... Äh... Jetzt schlau machen wie das Spiel eigentlich. Was da so abgeht und so. Ähm... Weil ich ein bisschen... Keine Ahnung habe. Ich kann die jetzt mal speichern, glaube ich. Ähm... Habe ich länger nicht gemacht. Baumkuppel. Das ist die automatisch. Das sind automatisch. Da vorne sind die. Ähm... Machen wir mal so. Und dann... Da. So. Ich habe eigentlich... Ich habe die gespeichert. Ich habe ja immer das Spiel einfach nur geschlossen. Also geschlossen in dem Sinne, dass ich... Äh... Und so. Ja. Ne. Auf jeden Fall. Ähm... Wir haben das jetzt so drüber durch. Ähm... Ich werde mich mal schlau machen, was abgeht. Ähm... Im Normalfall würde ich jetzt sagen... Ist hier das Spiel erstmal beendet. Aber... Äh... Ich... Würde dann schon noch ganz gern ein bisschen was sammeln. Äh... Vor allem die Kostüme hier. Also ein paar Dubloons noch. Ähm... Ob wir auf 100% gehen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm... Ähm... Aber wir gucken mal. Oder... So ähnlich. Ne. Wir machen ein paar Sidequests. Äh... Schauen, was uns da erwartet. Was uns das bringt. Auch vor allem. Weil ich denke, dass das hier die... Ähm... Dubloons quasi für das bringt. Das heißt, hier haben wir eine... Ähm... Also die Erfrischungen sind eine. Dann Fleckchen versteckt sind zwei. Die Glückskekse. Dann die Pennies. Ähm... Heiße Objekte. Zaubertrank. Äh... Und gute Nudelsterne. Das sind dann sieben Stück. Würde also bedeuten, das sind die Dubloons, die hier sind. Ansonsten, ähm... Gucke ich mich mal... Schaue ich mich mal um, was... Wo man die Dinger so findet. Wir gehen dann jedes Level vielleicht noch einmal durch. Gucken wir mal. Ähm... Wenn es irgendwie zu boring wird oder so. Ähm... Kann man auch immer noch sagen, beendet man das dann. Aber erstmal würde ich sagen, gucken wir, dass wir noch ein paar Sachen sammeln. Ja, ansonsten erstmal hier an der Stelle, ähm... Fazit zum Spiel. Ähm... Ja, ist cool. Ähm... Coole Level, coole Dinge im Allgemeinen. Bisschen sehr... Ich weiß nicht, aber... Bisschen sehr auf Story gefühlt. Also... Du hast halt wirklich dieses... Du läufst ein Level durch. Um ein Level durchzulaufen und dann eben Zwischensequenzen abzulaufen und nicht, um irgendwie Sachen zu sammeln. Das ist halt kein klassisches Collectathon, wie man es halt kennt. So, sondern... Also, ne... Du brauchst es... Du hast ja keine Aufgaben insofern, die du machst, außer lauf den Level durch. Ne? Klar hast du hier und da immer so ein paar Sachen, wie zum Beispiel Wellenmodus oder dies oder das. Aber es ist nicht wie bei Mario, wie beim alten Spongebob, wie bei Banjo-Kazooie oder sonst was, dass du halt in ein Level gehst, verschiedene Aufgaben bekommst. Und irgendein Sammelobjekt zu bekommen und mit einer gewissen Anzahl an Sammelobjekten weiterkommst. Sondern du musst nur den Level durchspielen und dann passt das. Hätte ich jetzt gesagt... Hätte man gesagt, du brauchst die Doubloons, um die Kostüme freizuschalten. Auch die hier. Oder das Gelee, dass du mehr Gelee brauchst, um die Kostüme freizuschalten. Dann hätte das irgendwie mehr System gehabt, finde ich. So ist es halt wirklich gefühlt mehr auf Story, was ich irgendwie jetzt nicht so passend finde. Aber okay. Grundsätzlich, wie gesagt, sehr lustig aber. Und es ist sehr viel, wie soll ich sagen, du hast sehr viele Anspielungen auf, vor allem alte Folgen, auch mit den ganzen Kostümen, wenn man sich die anschaut hier. Also Handschuhwelt, das ist Nummer eins. Dann haben wir den Cowboy. Aber den kenne ich jetzt nicht. Karate, logisch, kennt jeder Mitarbeiter des Monats. Ja, logisch. Auch die Blume, auch das kennt man. Sponjka. Ich habe ihn über das falsch geschrieben, muss ich nochmal machen. Also Sponjka kennt man, das kennt man jetzt nicht. Aber auch hier dann, na gut, Unterwäsche, ja gut. Sponjback, weiß ich gar nicht. Den kenne ich nicht. Aber da, Kuschelbob, klar, logisch. Fahrtfinder, weiß ich auch nicht. Das hat man bestimmt auch in einer Folge gesehen, ich weiß nicht. Gespenst, kennt man auch aus einer Folge. Natürlich Taubes Nüsschen aus dem Film. Das hier aus einer Folge, logisch. Vampir, wüsste ich jetzt nichts. Ritter, auch nicht. Entdecker, Bob, weiß ich auch nicht. Aber hier gibt es bestimmt, hier unten, das sieht ein bisschen aus wie entweder Zauberer oder quasi hier Taubes Nüsschen, Endsong, Rocksong, so. Das sieht ja auch so ein bisschen zaubermäßig aus. Also ja, wie gesagt, du hast halt sehr viele Sachen, sehr viele, sehr viele Anspielungen auf alte Folgen, auch in den ganzen Leveln und so weiter. Finde ich super cool, finde ich mega. äh, ich als alter Mensch, ne, ähm, fühlt sich hier sehr, ähm, fanserviced. Also sehr abgeholt, ne. Ja, gut. Aber wie gesagt, ähm, Spiel ist erstmal hier soweit sozusagen durch. Aber es geht trotzdem weiter mit dem Spiel, ähm, möglicherweise wird es irgendwann so sein, dass ich dieses Spiel sozusagen vom Haupt-Let's-Play rüber zum Zeit-Let's-Play, also zum Zweit-Let's-Play, zum Neben-Let's-Play, wenn Banjo-Casie durch ist. Dann wird das möglicherweise tauschen, dass ich ein anderes Spiel als Haupt-Let's-Play spiele. Ich gucke nochmal, wie ich es mache, aber, ähm, das könnte passieren. Ich weiß es noch nicht. Weil wie gesagt, jetzt ist es für mich einfach nur dieses alles-nochmal-Machen, äh, ja, mal gucken. Ähm, ja. Aber ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen, hoffe, wie immer das euch gefallen hat und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal entweder hier bei Spongebob oder in einem anderen Let's-Play wieder. Bis dahin. Tschaußen. 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 Tschaußen.